was geht youtube willkommen zurück auf meinem kanal heutiges thema in wolfenstein the new order wir sind ja letztes stehen geblieben und haben sozusagen die planen für den kampfroboter gefunden oder so kann er wird werden jetzt genau telefon da ja danke sie können passieren fahren sie hehehe boi fett jo der riesige Schamfleck von einem Gebäude da ist das London Nautica das war mal die Innenstadt von London hab hier in den Straßen gekämpft äh wollt man sich auf einer Seite fahren und unnachgiebig Widerstand geleistet dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter die können jetzt hier einfach machen was sie wollen fett man nicht in London auf der anderen Spur ist eingeebnet und dann dieses scheiß Monster hingestellt eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes Luft und Raumfahrt echt üble Scheiße Karoline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein sehen sie ihn? ja was für ein Funkturm warte hiermit können sie sie erreichen naja Airports hast du nicht? hier steigen sie aus ah scheiße bye bye au bis dann Herr Geigens ist nicht okay na keppel tsch oh nein ich hab nur drauf gewartet aber was ist da explodiert oh war ja so klar natürlich fällt der Ding in meiner Richtung warum auch nicht ne aber ja ich hab die Druckwelle bis hier hin gespielt jetzt hängt alles an Ihnen Blazkowitsch wenn ich irgendwo hier muss hier auf der Spitze des Funkturms sieben Straßen von Ihnen entfernt in Stellung wir müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen Ah, ja. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Ah, ja, okay, okay, okay. Äh. Fuck you. Ich komme nicht durch zu forschen. Ich kann überall durch, ne? Nur nicht da, Alter. Das Spiel zwingt einen da durchzugehen. Damit du schon auf die Fresse kriegst. Ja, liebt man. Typisch. Oh, es ist in der B, es ist in der B, es ist in der B. Wieso komme ich da nicht durch? Was ist das denn, ey? Das ist ehrenlos. Ah, scheiße. Hallo. Boah, die Junge, du kleiner Hurensohn. Also, muss ich gegen ihn feiten? Oh mein Gott, ja. Äh, der ist wieder da nicht, oder? Nee, gar nicht. Kommt der da durch? Oder ist das... Ich probiere mal was aus. Oh, falsch, das ist ja. Ah, danke, du Hurensohn. Hä? Hä? Ist das ein Bug, oder komme ich da wirklich nicht durch? Hä, ich muss da durch, Mann. Ist das ein Bug? Ja, du willst mich komplett verarschen? Ja, ich will doch da durch, hä? Muss ich da was drücken, oder so? Digga, ich check das nicht. Ich muss da durch, ja? So, ich drück alles, ey. Hä, ich komm da nicht hin. Ey, Junge, ey. Ist das ein Drecks-Bug? Ja, diese nützlichen Gegenstände und wertvolle Geheimnisse zu entdecken. Habe ich ja gefunden, das ist ja nicht so das Problem. Das Problem ist halt, das ist immer noch unfair. Oh. Geil. Ja, ja, warte. Ich komm da nicht durch. Habe ich was vergessen? Hä? Jetzt mal vor Rheel, was muss ich hier machen? Dadurch kann ich nicht? Wie hoch kann der auch nicht. Ich werde dafür durchrennen. Hallo? Aha. Versteh ich nicht. Ich komm nicht mal da durch. Ne. Oder? Ich komm nicht mal durch, hä? Was ist denn ein Problem, Junge? Ich komm nicht mal da hoch. Gold, ne, ja, wow. Alter, mach mal kaputt. Ja, los, mach. Du bist doch so ein krasser Roboter, Alter. So, was du drauf hast. Ja, Digga. Ich bin ja doch komplett falsch, hä. Muss ich noch Feuerwarten machen? Also ich kann ihnen kein Damage hinzufügen. Ich komm da echt nicht durch. Wenn ich da durchrenne, bin ich tot. Ne, passiert gar nichts. Egal, ne, ich komm, ich komm hier nicht durch. Ich komm hier nicht hoch. Ich verstehe dieses Spielgott nicht. Hä? Oh mein Gott, du Wichser, Alter. Meinst du, was ich die ganze Zeit versucht habe? Äh, Junge. Spiel, Alter. Ich starte das Ding neu. Ja, komm, schon mal machen. So ein fettes Loch. Oh, und dann wieder auftragen gehen. Nennt schon, nenn schon, ne? Ja, dann nehmen wir uns die fette Läse und dann... Wallach. Oh. Oh, du nervst, du kleiner Bot. Ah, ja, wahrscheinlich. Wollen wir typisch. So, ich bin hier. Wo wir sie jetzt sind? Da, wo schon mal nicht. Aber da kann ich hier überklettern, ja. Aber in fünf Zentimeter Felsen, kann ich nicht über. Scheiße. Ich hätte laufen müssen. Ey. Gut. Wir machen es nicht mehr langsam. Wir gehen einfach durch. Jetzt habe ich den Weg verstanden. Ey, kommt auf so eine Scheiße. Nebenbei, könnt ihr abonnieren, Glockenzeichen, die wir das Like... Äh, nee, nicht das Like, sondern das Video liken. Keine Ahnung. Oh, ich hasse diesen Roboter. Habe ich euch das schon mal erwähnt? Boom. Ja, ist nicht kaputt. William, ich habe hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Klar. War ja so klar, Alter. War ja so klar, dass er ein langer Weg wird. Du tot? Das war ein schlechter Move. Nur suchte Information. Au. Ich glaube, der ist tot. Stör nicht rum, Mann. Gefickt wird wie anders. Sorry. Oh, ey. Sexy. Warte was. Yeah. Aha. Aha. Oh, yeah. Kann ich ja ein Schalter einfach drauf machen? Nein. Hey, der Klammg, ne? Was weiß er die? Was ist das Spiel so frei nicht? Hm. Hier ist doch was. Ach, die sind so ein Dreckstroboter, Alter. Ich glaube es nicht. Typisch. Oh, nö. Ich habe meinen MG nicht ausgerüstet. Und das habe ich überlebt. Ja, geil. Geil, geil, geil. Und das habe ich überlebt, ja? Das kann ich überleben. So easy. Diese Logik, Alter. Ich werde von einer Blume zerfetzt, ne? Aber so ein Milliarden Volt? Keine Ahnung. Schocken, überleben ich easy. Ach, Gott. Diese Logik von dem Game. Bauen wir uns nicht zu beschweren. Die hat einfach keine Logik. Wo muss ich hin? Hier? Nee. Wo muss ich hin? Ach, Junge, Junge, Junge. Hä? Hat ich noch verpasst? Oder? Oder? Ah. Nee, war mal richtig. Hello? Mehr HPs, das ist die beste. Alle wird erreicht. Ah. Wo muss ich hin? Madame Tusey. Kann ich dich hier mal anrufen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich habe dieses Gefühl, ich bin falsch. Das ist ein bisschen ein blödes Gefühl. Ich muss hier lang, oder? Ist doch was. Ah, war ja klar. Nö. Oh, Mann. Kannst du nicht mal einfach auf meiner Seite sein? Scheiß Bot. Ich bin hier verschanzelt. Ja, aber weiß genau, wo ich bin. Natürlich. Ach, du Scheiße. Warte, warte, du sagst. Oh, du Wichser. Komm doch. Trau dich. Schick mich der mächtige Dude vor. Glück gehabt. Schlecht. Du bist genauso schlecht wie der Dude. Oh, Mann. Ein, bist du Baba. Kapi. Jo, ich gehe mal hier. Ja, du Scheiße, Mann. Hallo. Junge, du bist nicht mehr gepanzert. Wie kannst du das aushalten? Oh, Scheiße. Aber tschüss, tschüss, tschüss. Eigentor. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Ich bin tot. Hallo. Hallo, people. Hallo, habibi. So. Kommt her, Digga. Ich fetz euch. Ich reiß euch ein Stück, Alter, wenn ich dich sehe. Oh, mein Gott, Digga. Hier ist es schön. Ja, hier ist noch Roboter? Hier, du steht da. Alter. Alter. Weiter, ich würde es im Geh, ich würde es im Geh, ich würde es im Geh. Ich würde es im Geh haben. Ah, Cafeterie. Junge. Oh, ich wollte dich nicht damit töten. Ah, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nimm doch weg, sieh, die scheiß Knerre. Nein, ich bin tot. Ich bin so glücklich wie tot. Oh, sie will kurz schnell fangen, Alter. Oh, du Flixer. Oh, du kleine Hurensohn. Eigentum, würde ich mal sagen. Das war lustig. Ja, und die genaue Beschreibung heißt, tötet den Roboter. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich steht da nur, ja, werdet ihr Freunde. Moin. Die lebst du noch, nee. Nee, nee, gut. Ah, da, der hat zerstückt. Äh, nein! Hat die so wenig Munition? Kannst du mir nicht sagen. Die so wenig Muni hat. Äh, Bro, ich hab da den Dude getötet. Ah, wow. Geil. Komm her! Ey, okay. Auf diesen Kenner, den hab ich keinen Bock, ja? Komm her, komm her. Okay, du kannst maximal 100 AP haben. Ja, der ging voll in deine Fresse. Kannst du nicht überlegen. Ah, moin! Oh, sorry, madame. Lebt der? Ja. Der hat in den Kopf geschossen. Wow. So, das versteckt, Bruder. Ich will nicht den Roboter begegnen, ja? Allerdings muss ich sowieso töten. Ich hab keine Wahl, aber... Ich will's verzögern. Ja, gut, der hat anscheinend keinen Bock auf Vollzug gehoben. Chill. Hier, hier. Bam! Bitch! Gehen Sie... Der ist tot. Der ist tot. Jetzt ist er tot. Oder? Der lebt immer noch. Was ist das für ein Roboter, Alter? Jetzt ist er tot. Das ist blöd, dass ich keine Munition habe. Oh. Scharfschützen gewährt, dude. Da war ja was. Also scheinbar verlieren wir unsere Waffen dauernd. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufräumen, ne? Also, Munition-mäßig. Ja, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nichts wird zurückgelassen. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Alles mit mehr Dynamen. Schnelle Regeneration. Perfekt. Das ist schön. Das ist sexy. So muss ich hin, er hier... ...und um, findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Such nach einer Tür in der Außenwand. Fast ganz oben, der Boden. Hallo. Oh, nee. Also, Planet Harrow ist bestimmt auch geil. War nur die Einzelung. Ist so, ob ein Planet. Das, Digi. Okay, das finde ich nicht immer so geil. Nein. Komm runter. Es ging einfach wie so, man auch nicht so wie so. Ey, was ist das? Oh mein Gott. Da, doch, dass du dir bist. Halt still. Du kleiner Huch und du. Geh ruf. Oh mein Gott, nicht mehr drauf gehen. Ich werde so scheiße drauf gehen. Ja, war klar. War typisch. So. Next. Unten, ja. Da kann ich jetzt hier wieder runter. Ja. Wir gehen mal durch, rushen. Wieso gucken? Wann? Ist okay. Oh. Die scheiße Roboter wieder, Alter. Irgendwie steuert die scheiße, Alter. Die können ja gar nicht fliegen. Oh, fuck. Ey, komm her, komm her, komm her. Kleine Huren. Oh, scheiße. Wo bist du? Wunder geschossen. Hey, Bruder, ich hab die Wand gefunden. Ja, und jetzt? Äh, die Tür. Komm mal, lad nach, lad nach. Ich hau dich. Alter, was. Digga, ich hab dich mit der Sniper gekillt. Kannst du nicht überleben. Okay. Ah, du Wixer. So. Gib mal ein Munition her. Muss unbedingt nachladen, Alter. Wichtig. Das ist wichtig und richtig. Der hat gesetzt wie die Tür von außen, ne? Warum ist ich den Kühl nach oben? Oh, mein Gott. Das ist so dumm. Das ist nicht cool. Oh, du Wixer. Alter, ich hab mich zerstückelt bis zum geht nicht mehr, ne? Ich kann nicht das überleben. Oh, komm her, du. Komm her, du. Komm her, du. Kleiner Wixer. So. Komm mal, 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 Luko. Oh, du Scheißdrohne. Was, boah? Ey, ich hab die doch getroffen. Nein. Ich besuche nicht Kino 6. Wenn ich daran judge, bin ich tot. Das werden wir jetzt gar nicht ausprobieren. Wo war denn hier noch mit die Treppe? Ja, hier. Wie schnell der läuft, Alter. Oh, fuck. Sagen wir da jetzt hochkommen. Hä? Wie soll das gehen? Oh. Lul. Jo, Leute. Wie ist es beim nächsten Mal weiter? Geht's dir denn? Da war's mit dem Video. Tö. Mit. what? what? igen. Bis zum nächsten Mal.